Wir sind heute bei MANZ in Reutlingen und wir haben das Kick-Off zum Projekt COMVA. Das Projekt COMVA ist ein sehr interessantes Projekt für die Partner. Das Bandbrechende ist natürlich die Erfahrung der anderen Projektteilnehmer, das Wissen der anderen Projektteilnehmer. Mit COMVA soll es möglich werden, dass Batteriezellen in kleinen und mittleren Serien zu wettbewerbsfähigen Preisen und zu einer hervorragenden Qualität auch hier am Standort in Deutschland gefertigt werden können. Ich sehe mich immer als Pionier. Ich mag es gerne, wenn man in Räumen anfängt, wo nichts ist, wo man selber etwas aufbauen kann. Ich glaube, das COMVA-Projekt wird einerseits einen Grundstein legen, um Zellfertigungen im unternehmerischen Sinne wieder ein bisschen voranzubringen in Deutschland. Aber andererseits kann es auch die Absprungbasis für mehr sein.